Das Video, in dem Donald Trump sein Programm für die ersten 100 Tage vorstellt, ist genau zwei Minuten und 38 Sekunden lang. Und damit nur ein bisschen länger als dieser Kommentar. Vom Tweet zum YouTube-Video. Jetzt müssen die einfachen Botschaften aus dem Wahlkampf in die Wirklichkeit überführt werden. So hat Donald Trump schon erklärt, dass er Obamacare doch nicht ganz abschaffen wolle und dass die Mauer an der mexikanischen Grenze auch ein Zaun sein könnte. Offenbar möchte er auch Hillary Clinton nicht mehr ins Gefängnis stecken. Da ist also schon einiges auf der hab ich nicht so gemeint Seite. Um aber gegenüber seinen Wählern glaubwürdig zu bleiben, muss Trump auch einiges auf die das ziehe ich jetzt wirklich durch Seite packen. In diesem Zusammenhang ist die Ankündigung konsequent, aus dem transpazifischen Handelsabkommen auszusteigen, das er im Wahlkampf als potenzielles Desaster für Amerika bezeichnet hatte. Auch andere Freihandelsabkommen stehen auf dem Prüfstand. TTIP, das geplante Abkommen mit Europa, wird wohl nicht weiter verhandelt. Das alles ist aber nur auf den ersten Blick konsequent, auf den zweiten nicht. Denn mit dem transpazifischen Handelsabkommen wollte Barack Obama die Bande zwischen den USA und Asien stärken und zugleich China schwächen, das nicht dabei war. Jetzt wird sich China um die geprellten Pazifik-Anrainerstaaten kümmern und möglicherweise eigene Handelsabkommen schließen, bei denen dann die USA außen vor bleiben. Doch das ist genau der falsche Weg. Wir leben in einer globalisierten Welt und kein Land kann mehr alleine die Lebensbedingungen seiner Bürger verbessern. Wenn Donald Trump Amerika wirklich wieder großartig machen will, und zwar für jedermann, wie er heute betonte, dann kann das nur gelingen, wenn er sich nicht abschottet, sondern mit anderen Ländern kooperiert, und zwar in einem gerechten Rahmen mit Nutzen für beide Seiten. Vielleicht hat er das ja in Wirklichkeit vor. Warten wir mal auf die weiteren Videobotschaften, die er heute angekündigt hat.